Fahren macht Spass. Geschwindigkeit macht Spass. Beschleunigen. Die Bewegung spüren. Wie fliegen. Aber überhöhte Geschwindigkeit ist auch der Grund für zahlreiche Unfälle jedes Jahr. ESO setzt sich seit über 30 Jahren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein. Mit Geschwindigkeitsmessgeräten, die höchste Flexibilität und eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bieten. Ob in Kursen oder unübersichtlichen Messstellen. Die Geschwindigkeitsmessgeräte von ESO arbeiten zuverlässig und durch ein Aufstellen abseits der Straße absolut unauffällig. Mit einer zusätzlichen Funkkamera von der anderen Straßenseite aus können auch Motorradfahrer lückenlos und beweissicher identifiziert werden. Dank des standardisierten Messverfahrens und einer sehr guten Bildqualität sind Zweifel ausgeschlossen. Daneben lässt sich der Verkehr in beide Fahrbahnrichtungen überwachen. Die Auswertung erfolgt in Echtzeit bei automatischer Zuordnung der Bilder zu dem jeweiligen Fall. Das neue ESO-System für Anhalteposten heißt Checkpoint. In Echtzeit gehen die erfassten Daten per UMTS-Übertragung an ein mobiles Endgerät. Die Betroffenen können direkt mit den Messdaten und Bildern konfrontiert und ihre Daten sofort erfasst werden. Wir haben die Möglichkeit bei dieser Anlage zwei Geschwindigkeitswerte zu wählen. Das heißt, dass wir den gewerblichen Personen- und Güterverkehr gleichzeitig mit überwachen können. Zusätzlich können wir mit der Ausstattung, die wir haben, eine dritte Kamera von hinten fotografieren lassen und somit auch Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern dokumentieren. Dank schneller Inbetriebnahme gehen auch Standortwechsel schnell vonstatten. Ob versteckt hinter der Leitplanke oder demonstrativ darüber hinweg. Im kombinierten oder abgesetzten Betrieb. Auch eine mehrspurige Autobahn leuchtet das System optimal aus. Sogar bei Parallelfahrten werden die Fahrzeuge eindeutig erfasst und zugeordnet. Also wir haben mit der Firma ESO sehr gute Erfahrungen gemacht in den verschiedensten Bereichen. Das hängt ab zum einen, was die Qualität anbelangt, die Qualität der Messtechnik. Und was wir auch schätzen, gerade vom Innendienst, ist die hohe Rechtssicherheit. Verfahren, die heute mit ESO festgestellt werden, sind ja fast ausschließlich Stehende und Halten die vor Gericht. Ideal etwa für den Einsatz in Wohngebieten ist das unerkannte Messen aus dem Fahrzeug heraus. Der Platzbedarf der Fotografieeinrichtung ist minimal. Sie wird einfach im Auto positioniert oder in einer Verkehrslücke aufgestellt. Für Schnellfahrer ist sie nicht zu orten. Durch die flexible Fahrzeugaufnahme lässt sich sowohl durch die getönte Heckscheibe wie auch aus beiden Seitenscheiben fotografieren. Den Auswertevorgang reduziert ESO Digitales durch einen Scan der Kennzeichen und automatische Spurzuweisung auf ein Minimum. On Board ebenso wie später im Backoffice. Mit ESO zusammenzuarbeiten ist immer sehr interessant. Im Sinne von neue Herausforderungen, neue Pläne, neue Gedanken. Dass also in einem Markt, von dem man behaupten könnte, dass eigentlich nicht mehr viel Neues kommen könnte, doch immer noch neue Sachen kommen, neue Ideen einfließen, neue technische Möglichkeiten ausprobiert werden, um die Straßen sicherer zu machen, um die Geschwindigkeitsüberwachung voranzutreiben. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und stetiger Weiterentwicklung. Einem umfassenden Service. Mit erstklassiger Qualität. Und mit einem breiten Spektrum an Komponenten und individuellen Lösungen. Damit stehen wir auch in Zukunft für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein.